Hat er nicht irgendwo was gemeint, dass die Combines hier wären? Irgendwo. Und ich kann mir vorstellen, ich muss mit dem Magnet was machen. Jo, 100% Ähm... Ey, jetzt hört doch mal auf, ich hab leider kein Scharfschützengewehr in den Schiffbild. Aber das hier ist Scharfschützengewehr genug. So, ähm... Ich... Hallo, ich bin dein Taxi, komm steig rein! Äh? 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 Cool. Ja, ich weiß, dass ich hier was machen muss. Darum parke ich den einfach mal hier. Und, ähm, renn mal da hoch. Weil da ist der Feuer auch hochgelaufen. Alter! What? Dich! Natürlich auch. Stimmt eigentlich. Die könnte ich eigentlich benutzen. Okay. Ähm. Muss ich hier... Tät? Nein. Ich dachte schon, ich muss hier wieder was stapeln und Tät verspielen. Das könnten sie eigentlich auch mal wieder einbauen. Das fände ich eigentlich relativ cool. Sonst ist noch irgendwo ein Gegner weit entfernt. Ah, da ist noch... Doch, passt. Das sieht verdächtig aus. Ähm... Verstehe schon. Ich muss das Teil irgendwie runterkriegen. Aber... Erstmal hier hoch. Und... Da hoch. Welche Seite? Die Seite. Ah, cool. Kann ich mit dem Kran fahren. B-Arm ausstrecken. Also, ganz normal. Nur die Frage ist... Wo? Wohin? Wohin, 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 wohin? Wohin? Oh, ich kann mir vorstellen, dass ich... Hier, die Brücke vielleicht... Keine Ahnung. Hallo, nein. Zurück, 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 zurück. Ein Stück zurück. Ein Stück vor. Jetzt zurück. Kommt das hin? Ey, das war... Aber hallo, das wollte ich gar nicht. Du Spinner. So. Stück zurück, Stück zurück, Stück zurück. Komm, das muss funktionieren. Alter. Komm, hol den Buggy. Ach, ich muss nur einmal klicken. Sag bloß, der Arm ist nicht so lang. Oh, nein. Die hört mich auch... Die hört auf, mich zu nerven. Ah, voll daneben. Ah, nee. Jetzt probiere ich was anderes nochmal. Trotzdem. Ob ich die Brücke so runterkriege. Oder ob ich irgendwie nur blind bin und das ganz anders funktioniert. Aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Arm zurückziehen, passt. Und. Jawohl. Funktioniert. Perfekt. Dann kann ich jetzt... Oh, nicht so weit runterspringen. Hier vielleicht. Was redet sie? Irgendwas automatische Medizin lab. Und ich, ähm... Boah, was die... Diese Drecksäcke. Dann schau ich mal hier nochmal aus. Boah, lass mich, bitte. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich, lass mich. Schnell, 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 schnell. Und, hopp. Und, 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 und. Ähm, 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 ähm. Ja, ihr könnt mich mal. Ich, ähm, nehme meine Shotgun. Uh, bisschen wenig Leben, hä? Äh, nicht so cool. Ich hoffe, ich finde da noch was. Und hoffe, dass hier nicht so viele Gegner kommen. Fick dich. Boah. Der hat durchgeglitscht. Okay, cool. Das war klar. Und da vorne steht direkt einer. Ähm. Hallo? Spinner? Stirb. Ich hab ein bisschen Angst. Da ich relativ wenig Leben hab. Obwohl, ein Viertel, äh, ist das okay. Und ich denk mal hier. Hier gibt's wieder bestimmt was Tolles. Ja, das war klar. Und wahrscheinlich kommen hier jetzt Gegner. Nein, aber ich kann hier weiterfahren. Perfekt. Dazu muss ich nochmal den Kran bedienen, was mich, äh, naja. Bisschen aufregen. Uah, nicht rote Fallen. Hallo, hör mal auf, hier zu hängen. Kann ich jemanden mit einer Mülltonne töten? Oh, cool. Also irgendwie steckt der Graviton, wenn's den wirklich geben würde. Relativ geil wär das. Also. So. Wirklich richtig geil. So, wo haben wir denn das Tolles? Och, nee. Jetzt ist zu nah am Turm. Och, nee. Oder? Ja, natürlich. Natürlich. Oh. Was macht der hier für Gymnastikübungen? Moment, Freund, ich helf dir mal. Geht gar nicht. Doch, geht. Geht das? So. Komm. Schlaf dein Rausch aus. Ach so. Dann kann man dann hier... Ah, das haben die schon... Und lauf, lauf, lauf. Schneller. So, ein Stück zurückfahren. Vorfahren. Eps. Aussteigen. Und ganz schnell... Äh, da hoch. 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 Und hier hoch. Mal gucken, ob die hier hochkommen. Ich hoff's nicht. Äh. Jo, passt. So, jetzt aber. Ach so, muss draufbleiben. Oder? Nein, muss nicht. Okay. So, und... Dann werfen wir das Teil nochmal so dahin. Nein. Nein. Heute geht doch wirklich alles schief. Oh, komm. Du, 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 du. So. Ja, aber scha... Du. Oh, cool. Habe keinen Fallschaden bekommen. Blödes Drecksteil. Dummes, blödes, mischtvieh. Und diesmal parke ich richtig. Und zwar... Nein, ganz sicher nicht so nah. Äh... Ich denk mal hier schon. Hey, du bist rot. Warum bist du rot? Du rot und die anderen... Ja, komm. Hoch. Jawohl. So, aber jetzt... Wissen wir, was ich alles falsch machen kann. Äh, und darum alles... Ein bisschen vorsichtiger angehen. Mit mehr Gefühl. Ja, pendel dich mal aus. Und? Mal schauen, ob ich es kippt. Ich hab's. Uh, aber gerade so. Und diesmal brauche ich keine Scheiße mit dem Schwingen, sondern ich stelle den schön vorsichtig. Schön. Wirklich schön vorsichtig. Vorsichtig. Und in die Richtung wie... So ab. Ja, ja. Jawohl. Jawohl. Geht doch. Und nach unten. So. Schön. Das müsste Munition für... Okay, die ist voll. Die scheinbar auch. Aber gerade meine Lieblingswaffen, naja. Die wollen wohl nicht so wirklich. Aber schön. Kann ich weiterfahren. Endlich sehe ich mehr von der Kru. Und hier entlang. Oh yeah. Und? Hallo? Spinnst du? Was soll das? What? Ach, genau. Das ist wie ein Mario Kart. Die eine Strecke mit der Riesenschanze. Ist das Mario? Keine Ahnung, welcher das ist. Ähm. Ist doch genau so. So, da geht es in der Mitte hoch und links und rechts geht es zeitlich vorbei. Und was passiert eigentlich zu 90%? Ich bin Erste. Oh yeah. Und äh. Scheiße. Turbo. Scheiße. Kombi1. Könnt mich mal. Wisst euch. Dann spiel ich mal Schrotthändler. So, einmal weg. Zweimal weg. Fick dich. Nee. род